Jo Freunde was geht willkommen zum heutigen Video hier und meine Audio ist jetzt schon wieder halb im Arsch aber trotzdem das ist das Beste hier rauszuhauen und ja im Hintergrund sehe ich nochmal das ganze Gameplay da ich hier das jetzt schon um knapp neunten Mal nachspreche weil ich immer und ja jetzt versuche ich es zumindest richtig zu machen und ja es geht heute um den Craft Life und 2 feiert dieser Server ein Event am 26.3 also den kommenden Samstag also beziehungsweise wenn das Video hier rauskommt morgen und da könnt ihr natürlich schon die Waffen alles testen was vielleicht released wird und ja also ihr könnt mal gerne joinen ihr seid alle eingeladen natürlich waren das jetzt hier viele YouTuber die auf den Servers sind unter anderem und ja auf jeden Fall erstmal Dankeschön dass du dir das Video anschaust also den Klick habe ich schon mal in der Tasche auf jeden Fall ja joint mal auf den Server am Samstag am Samstag werden natürlich ganz viele YouTuber online sein und die werden mal ein Review machen und zwar kommen wie gesagt Testwaffen raus da können dann die YouTuber schon mal vortesten was es so alles neuerdings dann geben wird zum Beispiel One Shot also One Kill Waffen dass man einen hittet und schon ist er tot und so perfekt für die SWAT Einheit und so und dann gibt es noch eine Event Map und das dürfen die ganzen YouTuber alle schon vortesten also ich werde dann natürlich so gegen 1 Uhr oder so auf den Server Join Video direkt drehen und äh ja ich versuche es dann so gegen 3 Uhr online zu bringen also das ist eh schon sehr spät aber äh früher geht es natürlich nicht weil ich noch Termine habe mhm und ja trotzdem schön dass du wieder vorbeigeschaut hast und das war es von heute wenn sie trotzdem gefallen hat wegen meiner ähm meiner Dummheit dann lasst ein Like da was gut wir sehen uns am Samstag Ciao und dann